Eine knappe vierte Stunde noch. Sokrates, Sokrates und das Tor! Das 3 zu 1. Die Wiederholung, dies kommt nicht daran. Förster kann ihn nicht stoppen, den langen Bittestürmer. Und die 17 macht das Tor. Das Tor, Serginio. Schade, und ich denke jetzt an die Argentinier. Hier irgendwo auf der Tribüne. Der Weltmeister ist draußen bei denen.